Sie vermuten Opfer eines ärztlichen Kunstfehlers zu sein? Entgegen weit verbreiteter Befürchtung sind Sie nicht chancenlos. Als Fachanwältin für Medizinrecht stehe ich Ihnen kompetent bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche zur Seite. Ich fordere zunächst die Patientenakte an. So dann ermittle ich den medizinischen Sachverhalt mittels Gutachten, für gesetzlich Krankenversicherte im Übrigen kostenfrei. Bei Bestätigung Ihrer Befürchtung setze ich so dann Ihre Ansprüche umfassend gegenüber dem Schädiger bzw. dessen Haftpflichtversicherung durch. Sie unterstützen mich durch Herreichung eines Gedächtnisprotokolles über den Schadenshergang und die Benennung Ihrer Einbußen und Einschränkungen. Der Erfolg gibt uns Recht. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.